servus meine damen und herren mein name ist barbers palace ist mein erstes gescheites video auf youtube bin komplett neu aber ich fange gleich schon mal an mit einer reaction auf flair sein neues video horoskop oder single falls irgendwas sein sollte gibt mir einfach bescheid oder in die kommentare verbesserungsvorschläge ich nehme alles an ich will gar nicht weiterreden ich würde sagen lasst uns mal anfangen und uns mal reinziehen was er gedroppt hat jetzt geht's schau mal wegen der lautstärke passt hoffentlich ein bisschen lauter merch mit sims kann man nichts falsch machen tennis chain ganz kurz wegen dem merch wie man es auch vielleicht sehen kann ich habe selber etwas an natürlich bewusst zum video es war kein fehlkauf definitiv nicht das ding fühlt sich an wie so eine wie so eine puff decke es ist geil es fühlt sich echt nice an komplette trainingsanzug geholt killer empfehlenswert aber wir gehen mal weiter hoffentlich wird mir das nicht auf fsk achten kille lan geil geiler anstieg Kann ich sagen, aber ich will gleich weiterhören Was ich mal gleich sagen muss Geil, dass Bastelsang Hengst dabei ist Killertyp, feier ich Was auch noch nice ist Die Location ist mal wieder anders Als sonst Mitten auf der Straße Dann einmal im Studio Mitten auf dem Auto drauf Killer Ich bin ein Global Baller Die Staatsanwälte in einer Prima Donna Alles go hier immer wieder Sonnbank Kauf Schanene für die Baby Mama Vom Ams Gericht, nur weil ich wirklich Rapper bin Komm durchgestylt nur mit dem besten Sneaker hin Mein Name war Doktor König, hat den sechsten Sinn Bis auf den Richter, meine Doktor Pemmerdrink Deutsche Rap ist ohne mich nur random Gut Der Hintern gerade in meinem Gesicht, der hat mich gerade überrascht Kann vielleicht sein, dass er das Dass dieses Video mal, glaube ich, in Zukunft bearbeitet wird Wegen dem Satz von gerade eben Äh Ach Flair, was machst du da? Mordek, du musst doch sowieso hier lang Ach egal Zieh uns mal kurz wieder rein Ach was für eine Lautstärke Ich glaube Äh, da wird was kommen Ja, safe, Alter Sie regen sich sowieso doch schon jedes Mal auf Wenn er irgendwas sagt Oder mit so Names Ja, ja, fuck auf Ah, wie ich es gleich entdeckt habe Hier, wie man sehen kann N ist wieder am Start Für die, die es nicht wussten Bei Shini kann man es sehen Bei Hatta kann man es sehen Vor allem, der hat es auch in der Insta-Story gehabt Ist ja auch kein Geheimnis, ist ja auch nichts Schlimmes Äh, N steht für Zitzmann Hihi Äh, der ist hier bei uns in Nürnberg Äh, jeder hier in Nürnberg, der was mit Autos Zu tun gehabt hatte Hatte oder hat Ken Zitzmann Auch nicht Der ist definitiv keine unbekannte Person bei uns Äh Autos ist Killer War schon drin Nice Zitzmann Killer Wieder am Start Jet sieht nice aus Mal was anderes Mal was anderes Am Hangar Mit nem Flugzeug Bis jetzt Killer Location ist mal Komplett was anderes Wo man das sehen kann Ähm Nicht immer jetzt hat Typisch Irgendwo Im Block oder sonstiges was Was auch nicht verwerflich ist Um Gottes Willen Aber Ist geil Mal was anderes zu sehen Mit den Mädels Bis jetzt Top Top Wie man es gerade gesehen hat Warte mal Steht sogar auch drauf Das finde ich geil Steht auch drauf Zitzmann Ist es sogar in Nürnberg Ne, da ist es nicht in Nürnberg Na, Quatsch Ne, das ist Charlottenburg Ich war nur paar Mal in Berlin Aber ich glaube Das sieht so aus Wie dieser Eiffelturm Ähm Ja Aber wie man es sehen kann Zitzmann Rappert ist es nicht nur Sneaky Und schöne Bags Dubei Nacht In weißen Bands Im Kofferraum Die Drogen Und designer Brand Schmeiß Dich eine Auf die Bitch Im Pride Und Dance Hänger Am Block So wie Amazing Spider-Man Im Panic Room Ist deine Gang am Twitchen Im Panic Room Ist deine Gang am Snitchen Die Panic blendet Wenn die Bäume splitzen Und deutscher Rap Mal wieder nicht auf Grimme Der Richter sagt Ich bin ein Public Enemy Ob ich wirklich Mich bin es relativ Denk an Katja Wenn ich in der Zelle lieg Freiheit schmeckt So wie eine Tüte Jelly Geiler Satz, ich geh mal kurz zurück, weil ich denk an Katja, wenn ich in der Zelle, Killer, warte mal, lass doch wieder. Telefiziere từ Erz수 wie eine tüte Jelly Beans. After Partie in einem Lamborghini, looking for Marie, die nennt mich Baby, denn ich kaufe ein CC und ich schütte um Ghetto genset guys. Luca Cissi, ich glaube meine Geschlechtszüge, der Schlamb begooe dir die Nacht mein horoskop, ich spritze auf Ihre Zillis, meine Chromosome. SCK und Noten wissen wo ich wohne. Sie liegt neben mir im Bett, ich drehe mich schon, Other Partie in einem Lamborghini, looking for Marie, Notivesse, nur Ki... Den genn mich Baby, denn ich kaufe ein CC und ich schütte um Ghetto genset guys. Vizierlich! These 삼 ambassade ich mich schon, ich spritze auf Ihre Zillis, meine Chromosome. S.E.K. und Noten wissen, wo ich wohne Sie liegt neben mir im Bett, ich drehe mich schon Ist schon vorbei? Fuck, schade Ist Finde ich persönlich Etwas weniger Inhalt Aber ich glaube, das hat mit dem Song Also ich glaube, der ist auch gar nicht drauf fokussiert Da jetzt irgendwelchen Inhalt reinzudroppen Es geht einfach nur Ja, man sieht es im Video, um was es geht Und finde ich gar nicht verwerflich, passt Ich finde es aber irgendwie zu kurz Vor allem, wenn man noch damit rechnet Dass es hier noch bis Ja 40 Sekunden nochmal Werbung Hätte ein bisschen länger sein können, finde ich Vielleicht noch ein Part Aber ansonsten, passt Killer, geil, einfach für den Trip Auch das mit dem Flugzeug Hustle Kommt noch was? Ne, ist schon wieder vorbei Ne, geil Geil Also wie gesagt Gleich zum Anfang Wegen dem Merch Killer Merch Kann ich nur empfehlen Ich habe selber Ghetto Sport Ansonsten Andere Location mal Mit Flugzeug Ich glaube für Fleezy war das gerade Low Budget Im Verhältnis zu den anderen Videos, was er gemacht hatte Aber sonst Geil Weibermann am Start Drip war am Start Bas-Sultan Hengst war am Start Vor allem die Szene mit dem Zwei Hinterwosen guckt Killer Geiles Video Freue mich auf mehr Freue mich auf sein Album Auf jeden Fall Bestellt euch das vor Ansonsten würde ich sagen Das war es schon Viel Spaß euch